Hallo zusammen, ich bin Chantal, ich bin Bootswerkwartin im vierten Lehrjahr und ich zeige euch ein bisschen etwas zu meinem Arbeitsalltag. Im Frühling und Herbst arbeiten wir viel mit Pekanen zum Boot in den Auswassern und mit den Drehleitern zum Meisterstellen bzw. Legen. Ich arbeite aber auch an Toren, vielleicht ein neues Boot für den Verkauf, dann GFK-Reparaturen, kenne ich mal den Meister auf und noch so viel mehr. Ich kann dir wirklich jedem empfehlen, denn es macht einfach unglaublich Spass, mit dem Boot zu arbeiten und es ist einfach so abwechslungsreich, dass du jeden Tag ein neues Verkauf hast. Falls jetzt das dein Interesse am Bootfachrat geweckt hat oder du dein Interesse schon vorher gehabt hast, dann komm doch einfach vorbei an das SwissQues in Bern im September. Wir sind mit dem Bootbauerverband und wir freuen uns auf dich.